jo leute es ist fünf vor elf es wird zeit zum zombie gemetzte leute gibt es mal wieder zombie julasch a la kai oder aber ein bisschen laut scheiß ich mehr wie in die haus hallo leise gemacht invasion auf der mainstreet eine heiße spur ich kenne nur heißer sand hallo ja hallo ja man nennt mich auch ja oder Was? Hör mal, ob ich nicht was finde, bevor ich da reingehe. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, hier war ich schon. Ja. Hier war ich ja schon. Denn nachts, wenn alles schläft, solltest du bei mir sein. Au, ich hasse die Dunkelheit. Ich sehe nichts, hatte kein Licht. Kettensäge, wie geil ist das denn? Nimm die... Nimm doch die verdammte Kettensäge. Ja, geht doch. Boah. Ja, geil. Ach, da steht... Da steht's. Boah, kann ich hier fahren mit dem Geschütz? Ja. Du, komm mal her und hilf mir mal mit etwas. Mit was stillen? Hier draußen gibt es eine Million Zombies. Und dafür brauche ich einen Rambock. Kannst du mir mal helfen? Ja, wobei. Wir basteln ein bisschen. Nimm mal den Plan da. Was ist für ein Plan? Ah. Die Fahrzeuge kombinieren. Ich stelle die Fahrzeuge nacheinander. Dann muss ich aber reinkommen, ne? Komm schon Schätzchen, beweg dich! Halt die Fresse! Boah. Boah. Wie sollt ihr denn aus dem Panzerwagen so einen kleinen gemacht? Du hast das noch nie gemacht, oder? Ich war damals in der alten Armein zulassen. Na, dann komme ich wohl besser allein, klar. Und jetzt los. Mach mal eine vorgefahren. Ähm, danke. Alles klar. Ich mach dir das Tor auf. Ja, aber was ist jetzt? Ich verstehe. Warum hat der Vollidiot ja den Panzerwagen? Panzerwagen weggenommen? Und hat er aus so einem Strandpacki gemacht, hä? Boah. Wir sind ja... Ohlala. Wie feuert man denn? Also... Ja. Achso. Er kann aber auch überhitzen. Oder leer. Wie ist es, wie du madam? Woh! Also... Woh! Woh! Bro, es schießt mir irgendwie frei. Oh, es ist die Fache. Es ist die Fache. gefahren ein bisschen platz man ja 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 springer aus ja ja geil mit der motorsäge ist geil und ja 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 ich gehe mit der motorsäge in die menge rein ja soll ich ja lohnen ja 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 Was ist der Mensch mit der Chemikalie? Oh, guck mal, war jetzt der geil. Da sind schon einige weniger, aber richtig, moin, grüß dich, hi und gut, ich schlafe. Oh, hab ich wieder einen Tocken, yo, was nimm mal denn, äh, würd ich dann noch schaden, von Krieger mit Schlagwaffen, hm, hm, ja, nehm mal das mal, ja, auch gut geschlafen, Dankeschön, aber scheiße kalt bei uns, aber wie, wir Minuskrage, und das ist bei uns eigentlich nicht so oft, mit Paula sprechen. Hm? Hm? Was machen die Katzen denn? Ja, ja, bei euch ist es salzig, nur die Luft. Das ist der Störung, dem Obsturz gefolgt ist. Was? Ich sehe rein gar nicht. Ja, mach mal Nachtsicht. Ich muss näher ran. Zu was denn? Hä? Zu was denn? Ja, das mag ich ja nicht, die Scheißhunderviererei. Zulgapiererei. Zu weit weg. Hä? Nichts gemacht. Ja, was ich aber nicht... Was ist denn nichts? Hä? Au! Hättet ihr da schwimmen müsst. Wo ist mein Notizbuch? Ich hasse was zu suchen. Jetzt hatte wir zu weit weg. Was denn? Da ist sie. Ah, hier. Ah! Ja, da musst du gucken. Ist hier irgendwie was? Jetzt ist... Systematisch Gang für Gang ab. Da war aber was. Die Aktenschränke sind leergeräumt. Pistole. Aber vielleicht haben die was übersehen. Komm schon! Hustensaft! Sieht aus, als hätte Obsturz die Aktenschränke durchwührt. Oh Mann! Das hast du schon mal gesagt. Du Spasti! Oh! Der Keller ist unter Wasser. Das ist aber scheiße! Das ist einfach scheiße, wenn er kann es aber auch nichts gutes lagern. Aber wenn er immer unter Wasser ist. Die Aktenschränke sind leergeräumt. Aber vielleicht haben die was übersehen. Jawoll! Jawoll! Die Kanalisationsdokumentation fehlt. Ah, endlich habe ich die Scheiße abgeschlossen. Das ist natürlich scheiße, ey. Kommt dann die Feuerwehr pumpen, oder wie macht ihr das? Sie suchen nach etwas. Und dieses etwas ist ziemlich gefährlich. Weißt du was über den Hot Nobs Drugstore? Ja! Da war wochenlang ein zweiter Stationier. Okay, ich schau mir das mal an. Klingt gut. Nur zur Info. Alle meine 512 Podcast-Follower freuen sich sehr über unsere neue Zusammenarbeit. Okay, also. Ich freue mich auch enorm. Bis dann. Nur der Flur ist... Hm. Ach so, ne Pumpe. Ja gut, das geht natürlich auch. Muss ich jetzt hier raus oder was? Ja, so ein bisschen. Ist das nicht so? Ja! Ja. Ich habe ja hier einen kleinen Verkauf. Ja. 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 doch schon einige rein und alles platt machen kuppenversammlung das ist eine hallo du Quadet konnte sich aber nicht halten sind zu viele weil sonst komme ich nicht näher da hoch habe ich ein problemchen da wird es schon mal auch lehrer oh lehrer schön in die Mitte rein geil nein deswegen ist es schöner mit dir ach so Joghota dann sage ich mal auch bis später ich tue jetzt gleich auch erstmal was Frühstück ein bisschen schmackofatzen ne dann sehen wir uns bestimmt heute Abend dir bis dahin einen schönen Tag so jetzt bin ich raus ne jetzt soll ich hier mit dem Bretto voll idiot auch und die für Bilatas auch geil schießt doch einer schießen ein hammer ist auch gerade ich habe caller jetzt komm die jetzt die jetzt ich bin sehr schon ja ich bin ja Oder kommt man von mit? Ist hier irgendwie eine Treppe. Die Feuerlammen haben wir jetzt sehr sehr dumm. Soll ich denn da hochkommen? Das ist ein scheiß Apartment. Boah. Ja. Boah. 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 erst mal Dach frei machen ich bring das hier gar nix ist doch noch einer ach so hab ich es geschafft so leute das war es erst mal von mir bis später bye bye